Okay, passt, ja, passt. Dann habe ich doch jetzt was hier. Manfred Manns Erstband und den Designetitel Dua Didi Didi. Ja, Michael, hast du schon aufgelegt, Michael? Ich höre gar nichts. Ja, ja, klar. Musik läuft. Freunde am Radio, Hines Manfred Mann. Nein, nur du nicht, hast den Kopfhörer schon wieder abgesetzt. Ja, ja, ach so, deswegen höre ich nichts. Also die Mikros sind jetzt geschlossen. Ja, es hört niemand zu, die CD läuft doch gerade noch knapp zwei Minuten. Also ich kann reden, ohne dass es jetzt zugehört wird? Ja, genau. Okay, also, weißt du, weißt du, Michael, also, ach, scheiße, es ist so anstrengend heute wieder. Die Hitze, du, ach, wenn die Leute wissen, wie es uns hier geht, weißt du auch noch. Und dann sitze ich ja auch noch in meinen Stützstrümpfen, du, ach. Zieh doch mal den Hut aus, ha? Ach, muss ich nachher mal mit aller Vorsicht machen, weißt du, der hat sich irgendwie mit meinem Tuppe verhakt, du, ach. Also nach jeder Sendung denke ich mir aufs Neue, das war's. Also der Johnny kriegt ja dann noch nicht mal das, kriegt er ja hin. Naja, gut, du, weißt du, mein Feigling, du, und immer wieder aufrappeln, ne, und alles so für unsere Freunde am Radio. Ja, für die Tumpe doch alles. Ja, okay, na gut, wir opfern uns auf, ne, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wir geben doch einfach alles. Ja, ja, klar, weißt du, ich denke mir manchmal so, wie schön könnte es doch sein, jetzt so auf der Couch, weißt du, vom Fernseher und, und, ah, und ohne meinen Scheiß Tuppe auf dem Kopf, kommst du doch weg. Ich meine, okay, wir haben ja nun mal einen besonderen Rat zu unseren Freunden im Radio, ne? Ah ja, ich, du sag nur eins, Telepathie, die, du, die, die können uns alle sehen. Ich sag dir, ich seh die doch auch alle. Ja, also, weißt du, wie du schon sagst, ein ganz besonderer Draht. Ja, ach, da muss man sich immer so fein machen. Und übrigens hast du schon fast noch gar nichts zu meinen neuen Schuhen gesagt. Was, die, die Bommelchen, die Bommelchen an deinen Schuhen, also wirklich, Michael, ganz großes Kino. Äh, Johnny, Johnny, äh, warte mal gerade, ich glaub, die Musik läuft nicht, äh. Ja, äh, Michael, jetzt, jetzt sag bloß nicht, man konnte uns eben im Radio hier schon alles zuhören, ne? Nee, 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 ich hab die Mikros runtergezogen. Also, was ich dir erzählt, was, vor allem, was du jetzt erzählt hast, nicht, dass das die ganze Zeit die Leute mitgekriegt hat. Nee, Quatsch, es war der, es wird einfach nur eine Minute Funkstille gewesen. Ah, ich war so. Okay, ich, also, ich, also, ich, 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 ja, dann leg jetzt einfach die CD jetzt endlich auf und wir machen dann einfach so, so weiter, als wüssten wir von gar nichts, okay? Ja, klar, aber. Er belängen. Da sie war, gestorin' down the street, singin'. Ah, hope.